Es reicht ja eigentlich theoretisch den Tempel abzufackeln und nicht die Gebäude drumherum. Wir kommen ja nicht als schlechter. Zwei, vier... Noch wird bald erschöpft sein. Sieben, also noch zwei Stück. Stürmt los! Der erste Tempel ist zerstört. Ihr habt dem unheilvollen Ort seine Macht genommen. Auch die Zweifler in Armeti zeigen nun erste Anzeichen von Hoffnung. Doch noch sind sie besorgt, dass uns göttliche Strafe droht. Sucht nun den Tempel des wütenden Sturms. Ihr findet ihn inmitten des südlichen Dschungels. Okay, seid... Was seid ihr jetzt? Immer noch... Ja, ihr seid jetzt Bekannte. Ah. Schon unterwegs! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kämpft weiter! Wir sind unterwegs. Tela lässt euch wissen, dass es seine letzten Kräfte aufbietet und uns in Kürze seine verbliebenen Truppen entsendet. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Jawohl! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Das finde ich unschön! Auf euren Befehl! Ein Erfbilden! Unsere Mauern wurden zerstört und meine Siedler sind in Furcht und Schrecken wegen des Fluchs. Ich dagegen fürchte mich mehr vor Kana. Sendet Stein für eine neue Mauer. Während ich meinen Leuten Mut zuspreche. Ein Karren wurde ausgesandt. So, dann Brotproduktion mal anwerfen. Gleichzeitig Reinigungsgüterproduktion anwerfen. Unsere Truppen werden angegriffen. Auf euren Befehl! Äh, hab ich die jetzt geschickt? Ja, hab ich. Bis sie geschickt haben. Boah, ist sogar fast schon da. Schon unterwegs. Ich danke euch. Falls Kana benagt, dass wir euch unterstützen, verschafft uns diese Mauer besseren Schutz vor ihr. Ei! Stürmt los! So, machen wir den Tempel noch kurz zum Kleinen. Ei! Ihr habt den zweiten Tempel zerstört. Aber meine Brüder sind noch immer verunsichert. Ihr könnt nun mit uns Handel treiben, damit ihr unser Vorhaben schneller voranbringen könnt. Euer letztes Ziel ist der Tempel der elementaren Kraft. Seine Zerstörung wird den Siedlern Hiduns die Furcht vor Erdbeben des göttlichen Zauns nehmen. Er liegt nordöstlich von Armeti, hinter dem Lager Pratax. Unsere Kooperation ist kein Geheimnis mehr. Ein verängstigter Siedler hat uns verraten. Kana wird Rache an uns nehmen. Bitte helft uns! Alleine werden wir uns nicht verteidigen können. Okay, hier ist eine Mauer im Weg. Da können Kana's Truppen nicht raus. Ein Steinbruch ist erschöpft. Auf euren Befehl! Ei! Ein Steinbruch ist erschöpft. Okay, erstmal die beiden Steinbrüche auffüllen, weil wir brauchen noch mehr Steine. Die Kirche ausbauen, weil wir brauchen mehr Siedlerlimit. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Alles klar! Einem Steinmetz fehlt es an Steinen. Schon unterwegs! Ei! Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Schon unterwegs! Ei! Meine Dankbarkeit für diesen Titel ist euch gewiss. Sofort! Jawohl! Ihr habt großen Mut bewiesen. Mögen wir weiter Seite an Seite mit euch siegreich sein. Ich unterstelle unsere Kämpfe eurem Befehl. Amethi wird neue Kriege ausbilden. Heuert sie an, wenn ihr Unterstützung benötigt. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jawohl! Verstanden! Verstanden! Gibt es hier noch irgendwo einen Weg? Sofort! Sieht fast danach aus, als ob es hier noch einen Weg gäbe. Aber ne, hier ist nichts großartiges. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Na doch, hier gibt es halt... Ja gut, da können sie rausstürmen. Schon unterwegs! Aber hier kommen sie jetzt nicht mehr durch. Sie kommen höchstens noch durch... Papats Lager. Hier oben rum halt. Ei! Schon unterwegs! Ich werde angegriffen! Bin schon weg. Lass mich leben. Dich ausbauen. Dich ausbauen. Jawohl! Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Alles klar. Das heißt, ich gucke mir noch mal Papats Lager an. Weil ich halt auch noch überlegen muss, welche Territorien ich noch einnehme. Weil die Kühe und die Schafe, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Jawohl! Jawohl! Es hat viel Zeit und Mühen gekostet, Hidun vor meinem Fluch erzittern zu lassen. Und ihr zerstört meine Tempel? Ha! Eure Anstrengungen sind vergebens. Prapat wird in Tela mein Werk vollenden. Ohne Hauptstadt ist das Reich verloren. Und ihr, euch, erwartet meine Rache! Ja, ja. Ich hab ja schon solche Angst. So, jetzt mal gucken. Hier ist hauptsächlich Wild und Kräuter. Hier wären Kühe. Das heißt, das Territorium wäre einnehmbar. Sofort! Schon unterwegs! Telas letztes Aufgebot ist angekommen. Seine Krieger werden Seite an Seite mit uns in der Schlacht kämpfen. Sofort! Jawohl! Ja, okay. Hier gibt's Schafe. Gibt's hier oben auch noch Schafe. Okay, die zwei... Oh, und Kühe. Ja, das ist dann... So, ich würde gucken, dass ich die drei Territorien noch einnehme hier drüben. Jawohl! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Sofort! So, das heißt, wir schlagen den Angriff noch zurück und dann... verstanden! Verstanden! Alles klar! Alles klar! Verstanden! Jawohl! 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 Müssten wir Papas Lager stürmen! Verstanden! Auf euren Befehl! Sofort! Alles klar! Jawohl! Ich muss mich in die Burg zurückziehen! Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Na, den hat's nicht viel gebracht, dem eigentlich auch nicht, aber wir haben ein bisschen... Alles klar! Gut, jetzt ist es aber mal wieder Zeit zu speichern. Dass ich das jedes Mal jetzt neu eingeben muss... Speichern... Ja! Und da gibt es jetzt erst mal dann einen Cut. Soweit gespeichert wurde. So. Also, bis gleich!